Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen heute Süßes oder Saures, aber in einer etwas härteren Variante. Wir spielen Süßes oder Lisha und Lu. Also von daher, wir können ruhig hier Gas geben. Ich möchte hier schon ein bisschen Sommerhaus-Style haben. Was ist denn unser Ziel? Was wollen wir denn haben? Also was mögt ihr denn gerne auch? Also ich würde sagen... Zucuk wäre geil drin. Zucuk als Süßigkeit. Zucuk passt immer ein bisschen Pide. Was ist denn Zucuk? Das sind... Türkische Knoblauchwurst. Wie kommst du auf so eine Scheiße, Mann? Wir sind hier in einem der noblen Vororte von Köln. Hier gibt es keine türkische Knoblauch. Hier kriegst du nur Pralinen. Hier gibt es doch nicht mal Türken. Das ist eine gute Gegend. Wir sind die einzigen Türken heute hier. Das werden die jetzt erstmal rausfinden. Richtig. Also entweder wir kriegen krasse Süßigkeiten oder es gibt richtig aufs Maul. So. Hallo. Scheiße, was ist denn hier los? Süßes oder saures? Nee, gar nichts. Schade. So. Du musst das können. Habt ihr so eine Karte, damit kriege ich das auch. Warte, warte. Ah, geht doch. Oh, geht schon direkt das Licht an. Oh shit. Hallo. Hallo. Süßes oder es gibt saures? Also wenn jetzt einer bei dir so klingeln würde, würde es auch sagen, naja komm, eure Argumente sind ein bisschen schade. Bei uns heißt es Süßes oder Lisha und Lou. Ach. Alles klar. Gucken Sie mal, wir haben schon so süße Sachen bekommen. Ach, ihr seid's. Hi. Hä? Ihr findet die nett? Endlich mal normale Bewohner. Hallo. 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 Was ist denn bei euch los? Sag mal, wir haben Freunde überall. Wie seid ihr denn drauf? Wir haben überall Freunde. Ihr habt vielleicht Sonntag nicht die Sendung gesehen. Ihr seid Dreck unter meinen Füßen. Was wollt ihr überhaupt? Ey, das sind meine Sprüche, ja. Ich kann nicht gleich entsafen und dann ist hier mal eine ganz gute Stimmung. Hallo, nicht auf unserem Grundstück hier. Unsere Freunde beleiden. Oder jetzt irgendwie hier fertig sind. Ach, das sind unsere Lernfreunde. Ihr wollt ja lieber Alkohol. Wollt er Alkohol? Ja. Wir nehmen was ihr? Wir nehmen alles. Alkohol. Alkohol. Was wollt ihr denn? Wir haben gerade einen Wein auf. Wir haben kurze Ausländer. Kurze reicht, wenn ich hier stehe. Schön, dass ihr da seid. Glauben wir morgen kein Mensch? Wir haben ja noch nicht dran getrunken. Auf euch. Auf uns. Schön, dass er da war. Das ist ein ganz milder. Das ist ein Prinz. Vielen Dank. Hier runter oder darüber oder wie auch immer. Könnt ihr uns was empfehlen? Hier nebenan zum Paul, der ist ganz cool. Gehen wir zum Paul. Die nächste Haushälfte. Vielen Dank. Bis denn. Danke schön. Vielen, vielen Dank. Wir Ausländer machen das ja so. Wir helfen dem Kinder. Entschuldigung. Entschuldigung. Es geht mir leid. Entschuldigung. Die Tür war ja offen. Scheiße. Hallo. Paul. Süßes oder saures? Pauli. 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 Puh, das hätte aber gleich nach hinten gehen können. Hallo Paul. Ein wunderschön Paul. Süßes, sonst gibt es Lisha und Lou. Karim. Pocher. Ja. Karim Pocher. Abdelkarim. Sie denken wohl jeder Ausländer sieht gleich aus. Das sind Lisha und Lou. Das sind die Assis aus dem Sommerhaus. Oh, ich weiß nicht. Pierre Cadet. Die Ausländer kennen uns gar nicht. Nein. Danke. Oh, das ist mir gegeben. Danke Paul. Hey, hey, hey. Toll. Teilen bitte. Genau. Die Teilen hier. Teilen nicht, wo die herkommen. Die Teilen nicht gerne doch noch. Die sind doch Gastfreunde. Nee. Pauli. Danke, Pauli. Das war richtig lieb. Gern geschehen. Ich hab da noch nichts bekommen, aber danke. Dankeschön. Von mir können sie auch was haben für die Nettigkeit. Dann nehme ich hier Haribo. Denen geht es im Moment so schlecht. Ja, das stimmt allerdings. Das ist sehr nett von ihm. Ja, Olli. Wieder aus seiner Teilen auch gerne. Karim. Was für Olli. Hey, fahr mal einen Gang runter. Ey. Silli, red mal mit ihm. Wahnsinn. Was ist er denn für ein Assi? Gern geschehen. Dankeschön. Kommt bald wieder. Bleiben Sie gesund. Der Karim kommt öfter jetzt. Schau, schau. Kennt ihr die zwei? Das sind Lisha und Lou aus dem Sommerhaus der Stars. Die Schlägerbrocken. Das sind die Assis. Wohnt ihr in der Nähe? Ja. Ja. Silli, hör mal auf, die Kinder auszufragen. Was läuft bei dir schief. Habt ihr Süßigkeiten zu Hause? Ja. Wollt ihr bei euch klingeln? Silli, guck mal bitte, wie. Die stopfen alles rein und du fragst, ob die Süßigkeiten zu Hause haben. Ich geh es jetzt mal anders an. Was fahren denn eure Eltern für Autos? Ähm. Also, wir kriegen einen neuen Seat Ateca von der Firma. Von der Firma? Seat. Seat. Die haben Volvo und einen VW Golf. Ne, man darfst nichts zu holen, Karim. Ne Leute, mit einem Volvo und einem VW Golf kommen wir nicht weiter. Wir brauchen schon mindestens ein BMW oder ein Audi oder so. Warte, warte. Wir wissen wo zwei VWs und ein alter Porsche. Da kommen wir der Sache doch irgendwie schön her. Jetzt kommen wir langsam ein bisschen näher. Guck mal noch ein bisschen mehr aus, du brauchst auch noch Süßigkeiten. Ach, ihr fahrt in Urlaub zu Corona-Zeiten? Zu Corona-Zeiten. Wo fahrt ihr hin? Ähm, nur so nach Hollywood in der Luxus. Wo fahrt ihr hin? Wir fahren in Schwarzwald, da dürfen wir hin. Okay. Das ist ja nicht wirklich Urlaub. Das ist gut. Ja, in Schwarzwald ist nicht wirklich. Na gut, dann viel Spaß im Urlaub. Ja. Tschau. Danke schön. Tschau. Tschüss, Jungs. Tschau. Tschüss.